Zum Wohl. Sie wissen, Sie ziehen hier ein und werden auch Mitglied der Studentenverbindung Teutonia. Ja. Willkommen im MINT-Studiengang. Nachdem Sie bereit sind, in den Lutz-Reihen einzutreten, verpflichte ich Sie auf die Farben Schwarz-Gold-Grün und überreiche Ihnen das Schwarz-Gold-Schwarzen-Fuchsen-Bahn. Michi, ich sehe dich so schon kaum. Ich will ja die Jungs nicht hängen lassen. Du lässt die Jungs nicht im Stich, du machst mehr als genug. Ich kann dir ein paar Frauenverbindungen sagen, wenn du willst. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Die Verbindung folgt einer langen Tradition kooperierter Studenten. Begreifend, wie junge Studenten schon vor 200 Jahren so einen Drang zur Demokratie verspüren konnten, dass es mich eigentlich bis heute hält. Jedes Mal, wenn ich hier bin. Ich habe kein Interesse. Ja, geht jetzt. Ganz ruhig. Geht. Vollwertig eingestiegen. Ich würde sagen, wir würden anfangen, aber ihr seid die, die anfangen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Und die grundlegende Frage, die sich uns dabei stellt, ist, aus welchen Beweggründen möchtest du überhaupt fechten? Ich gebe das Silenzium weit. Ich glaube aber auch, dass es ganz schön schief gehen kann. Du bist dazu kein Fuchs mehr. Freiheit, Einigkeit und Demokratie. Freiheit, Einigkeit und Demokratie. Freiheit, Einigkeit und Demokratie.